Zuerst kommt Milch. Erst Milch, dann Kompflex, ja? Pietsch! Olimia, guckt euch diese Trottel an, mein Mann! Sie geht nicht! Nein, du kleiner Bastard, komm her! Sit up, sit up! Nein! Wirklich jetzt mal! Nein! Bailiert wegen Milch, ja? Du kleiner Bastard! Du isst bestimmt nur diese gefälschten Nougat-Bits! Was jetzt, Pietsch? Schmeckt alle gleiche! Halt mal deine Schnauze kurz, okay? Du willst mir erzählen, dass Cine-Minis und Zimt aus gleich schmecken? Habt ihr einen Xbox für mich hinten und nimmer noch Pins mit? Der Junge schießt bestimmt mit Viereck wieder aus. Ich spiele nicht Pre-Evolution! Oih! Der kleine Hund, der hat mir ein Flecke gegeben, wo bist du? Bin ich hier, dabei! Warte, halt! Halt mich nicht zurück! Halt mich nicht zurück! Warte ab, mein Abi wird dich noch kriegen! Sehe ich aus wie Pre-Evolution-Spieler. Nicht, Brat. Du siehst aus wie FIFA 23.